So, es ist 18 Uhr, wir fangen an. Liebe Beate, liebe Gäste, hier vor Ort und an den Bildschirmen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu dieser Veranstaltung in unserer Reihe Cross-Asia Talks. Mein Name ist Ursula Flache, ich bin Fachreferentin für Japan in der Ostasienabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin. Mit den Cross-Asia Talks feiert die Ostasienabteilung drei wichtige Jubiläen. Den 100. Jahrestag ihrer Gründung, den 400. Geburtstag von Christian Menzel, das war der erste Kurator unserer Sinica-Sammlung. Und darüber hinaus sind wir glücklich, auf 70 Jahre Förderung durch die deutsche Forschungsgemeinschaft zurückblicken zu können. Unsere heutige Vortragende, Frau Beate Wonde, ist vielen vielleicht von Ihnen bekannt durch ihre langjährige Tätigkeit an der Moriogai-Gedenkstätte hier in Berlin, deren Profil sie in verschiedener Weise maßgeblich geprägt hat. Es ist mir eine besondere Freude, Frau Wonde kurz vorzustellen. Nach einem Studium der Japanologie, Anglistik und der Theaterwissenschaft sowie mehrjährigem Forschungsstudium, beides an der Humboldt-Universität in Berlin, verbrachte sie die Jahre 1979 bis 1981 als Monbushu-Stipendiatin an der Waseda-Universität in Tokio. Im Anschluss war Frau Wonde zunächst als wissenschaftliche Assistentin im Bereich Japan an der Humboldt-Universität beschäftigt. Mit der Gründung der Moriogai-Gedenkstätte im Jahr 1984 übernahm sie deren Betreuung und war dort bis zu ihrem Ruhestand 2020 zuletzt als Kuratorin und Sammlungsleiterin tätig. Durch die Organisation von zahlreichen Vortragsveranstaltungen sowie Wechselausstellungen konnte sie die Moriogai-Gedenkstätte als eine kulturelle Netzwerkeinrichtung etablieren, in der nicht nur der Schriftsteller Moriogai, sondern ein breit gefächertes Themenspektrum wie die deutsch-japanischen Beziehungen, Theater, Kalligrafie, Kunst, interkulturelle Kommunikation und vieles mehr Beachtung fanden. Nicht zuletzt trägte sie das heutige Aussehen der Moriogai-Gedenkstätte durch die Initiierung einer umfassenden Neugestaltung mit einer neuen Dauerausstellung in den Jahren 2016 bis 2017. Darüber hinaus pflegte Frau Wonde einen intensiven Austausch mit den Ogei-Forschenden in Japan und war auf ihren Recherchereisen, aber auch, aber nicht nur mit dem Thema Moriogai, auf zahlreichen wissenschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen präsent. Beate bezeichnete mir gegenüber ihren heutigen Vortrag als einen Versuch, an die Persönlichkeit und das Wirken Berns aus der Innensicht einer ehemaligen Studentin und Mitarbeiterin zu erinnern, vor der Blaupause der spezifischen Strukturen und Konflikte der Japanologie in der DDR. Ihr Vortrag trägt den Titel Perdit praes maxima, der größte Teil geht verloren. Fragezeichen? Das Wirken des Japanologen und Übersetzers Prof. Dr. Jürgen Berndt. Ich bin sehr gespannt auf diesen Rückblick in unsere Fachgeschichte. Ja, guten Abend, sehr geehrte Anwesende, leibhaftig hier im Saal und digital hinter den Bildschirmen. Auch hallo an diejenigen, die sich das später vielleicht nochmal anhören. Liebe Freunde, liebe Unbekannte, danke, dass Sie mir Ihre Zeit widmen. Zunächst möchte ich Dr. Flache ganz herzlich für die freundliche Einführung danken. Es berührt mich sehr, an diesem Ort vorlesen zu dürfen. Und vorlesen sage ich, weil... Hilfe! Was war denn das? Okay, vielleicht sollte ich doch freisprechen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich vortragen würde, dauert es doppelt so lange, weil ich werde wahrscheinlich ohnehin schon selbst vorlesend die Zeit etwas überziehen. Ja, also es berührt mich sehr, an diesem Ort vorlesen zu dürfen, dem ich als Studentin sehr verbunden war und den ich jetzt nach einer längeren Pause wieder vorwiegend zu den Veranstaltungen des neuen Stabil Kulturwerks aufsuche. Entschuldige, Beate, dass ich dich nochmal unterbreche. Die Freigabe hatte ich gerade... Ich habe eh nicht so ein inniges Verhältnis. Warum auch immer verabschiedet. Ich versuche jetzt nochmal freizugeben. Und hoffe, dass das Bild jetzt bei uns bleibt, weil wir wollen ja die... Vielleicht bleibst du gleich hier. Bist du dich... Ja, aber du musst ins Mikrofon sprechen, sonst... Okay, ich versuche es. Ja, einige von Ihnen werden sich gewundert haben, dass ich mich plötzlich aus dem Ruhestand zu Jürgen Berndt zu Wort melde. Für mich gab es gleich mehrere innere Beweggründe, der Vortragseinladung der Staatsbibliothek nachzukommen. Erstens möchte ich den KollegInnen der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz etwas dankbar zurückgeben für die jahrzehntelange große Hilfe bei erwünschten und ungeliebten Bücherbeständen, ebenso für die Unterstützung bei Recherchen für meine Ausstellung. Besonders aber für die Aufnahme des Berndschen Nachlasses, mit dem ich mehr oder weniger seit fast 30 Jahren befasst bin und zudem, je größer die zeitliche Distanz wird, mir häufiger die Frage gestellt wird, wer war denn dieser Bernd eigentlich? Zweitens können Jahrestage ein willkommener Anreiz sein, etwas zu realisieren, was man schon lange vor sich hinschob. Der 30. Todestag und der 90. Geburtstag meines Lehrers Jürgen Berndt ist so ein Fixpunkt. Wer weiß, wo ich zu seinem Hundertsten sein werde. Das eher lückenhafte Material, von den Gedächtnislücken ganz zu schweigen, würde sich eher für einen autofiktionalen Roman eignen. Aber im Ruhestand seinen ersten Roman zu schreiben, ist außer Fontane, dem Namensgeber dieses Ortes, bekanntlich noch niemandem gelungen. Drittens reizte mich das ursprünglich angedachte Triple-Projekt, bestehend aus Ausstellung, Vortrag und gegebenenfalls späterer Publikation. Heri et pars maxima. Das meiste geht verloren. Ja, manchmal fühle ich mich wie auf Joko Oga was Insel der verlorenen Erinnerung, wo je mehr Zeit vergeht, jeden Tag etwas aus dem Leben verschwindet, was vorher selbstverständlich dazugehörte. Menschen, Dinge, Ereignisse. Das Verschwinden ist für mich als Bewahrerin gerade ein noch ungewohntes Thema. Um dem ein wenig entgegenzuwirken, habe ich mich im Vorfeld mit einigen Menschen getroffen, die Jürgen Berndt persönlich kannten oder sie angeschrieben. Für die Auskünfte danke ich. Mal sehen, ja. Ist nur ein Platzhalter, weil das Vorwort ein bisschen länger wird. Die wenigen Unterlagen, die man bis auf Abschlussarbeiten und Zeugnisse noch zu Hause neben ein paar Schwarz-Weiß-Fotos aufbewahrt hat oder die sich nach Abwicklung von Einrichtungen und anderem noch in Archiven oder der Fachbibliothek als Bröckchen eines Eisberges finden, sind für Außenstehende heute schwer zu deuten und für Eingeweihte zu lückenhaft und spärlich. Oder kaum lesbar, denn wir sprechen hier von der Zeit der Schreibmaschine mit zwei Durchschlägen oder heute total verblassten Ormik-Abzügen bei chronischem Papiermangel. Auch ausführliche CV gab es damals nicht. Selbst ein Arbeitsvertrag passte auf ein A5-Blatt. Wenn ich meine ehemaligen Kommilitonen oder KollegInnen zu Ereignissen an der DDR-Japanologie befrage, dann ist der für mich auch durchaus verständliche Grundtenor. Die Zeit nach dem Mauerfall war für die meisten traumatisch. Die Anpassungsleistung an ein komplett neues System, die Sicherung der eigenen Existenz so anstrengend, das familiäre Umfeld so voller Brüche und jäher Wendung, dass wir diese Zeit und die davor in der DDR weitgehend verdrängt haben. Viele Fragen bleiben offen. Der Schriftsteller Jochen Schmidt lässt seinen Helden in der Wächter von Pankow sagen, ich würde ja gerne die letzten 30 Jahre meines Lebens damit verbringen, mir die ersten 30 als Film anzusehen. Schön wäre es, noch einmal in einem so vergangenen authentischen Moment zu sein und zu fühlen, warum man wann welche Entscheidung getroffen hat. Es wäre aber auch Verschwendung kostbarer Lebenszeit. Meine Generation verabschiedet sich gerade peu à peu in den Ruhestand und wird hoffentlich bald mehr Muße für Erinnerungen haben. Es besteht also im Alter noch Hoffnung auf eigene Narrative. Die Blaupause für mein Nachdenken über Jürgen Berndt sind die DDR-Japan-Beziehungen 1973 bis 93 beziehungsweise die Geschichte der Japanologie in der DDR. Alles gewaltige Themen, die ich nur kurz andeuten kann und die nicht aufgearbeitet sind, jedenfalls nicht nach 1973. Will man einem vorwiegend westlichen Narrativ von Wissenschaftlern, welche die DDR-Zeit nicht erlebt haben, etwas aus der Innensicht entgegensetzen, wäre zunächst eine gemeinschaftliche Aufarbeitung und Auseinandersetzung vonnöten. Und selbst wenn das gelänge, würde die Innensicht im Allgemeinen und im Besonderen immer ein Konglomerat aus sehr widersprüchlichen Narrationen sein. Ich habe festgestellt, KommilitonInnen, die auch nur zwei oder vier Jahre nach uns studierten, haben eine andere Atmosphäre vorgefunden und folglich eine etwas andere Sicht auf diese Zeit. Ich kann und will hier nur von meiner Zeit und meinen Erlebnissen in einer nahezu familiären Atmosphäre sprechen. Auf die Gefahr hin, dass es dann ein wenig wie ein Familienalbum wirkt. Und ich bin dankbar für diese Chance zur Rückschau, denn erst durch diesen Vortrag ist mir klar geworden, was Jürgen Berndt und mich unterschwellig eigentlich verbannt, außer der Lust, gemeinsam etwas Neues aufzubauen wie die Morioga-Gedenkstätte. Es war für mich das gemeinsame, aktive Interesse am Theater und den Beziehungen zwischen japanischen und deutschen Theaterschaffenden, auch wenn das bei uns beiden gezwungenermaßen mehr in den Freizeitbereich fiel. Doch lassen Sie mich noch kurz auf den eigentlichen Hintergrund für den heutigen Vortrag zurückkommen. Im Erdgeschoss in den Stabi Kulturwerken wird es eine inzwischen auf Juli verschobene Ausstellung geben, in der unter anderem einige Sammlungsschwerpunkte der Ostasienabteilung zu ihrem 100. Jubiläum vorgestellt werden sollen. Ich bin gebeten worden, ein Konzept zu entwickeln, wie man auf engstem Raum den ordentlichen Professor und Lehrstuhlinhaber für Sprache und Literatur Japans an der einzigen Japanologie der DDR vorstellen, die Odyssee seines Nachlasses thematisieren kann und welche Exponate sich exemplarisch eignen würden, um die Besonderheit dieses eher zufällig an die Staatsbibliothek gelangten Konvolutes zu charakterisieren. Ich habe mich für Schriftsteller-Übersetzer-Freundschaften entschieden. Und jetzt sehen Sie ja auch das volle Foto, beim Poster war das nur die Hälfte. Wie viel in eine angedachte Vitrine passt, wird man erst wissen, wenn die Ausstellung fertig ist. Die Story behind kommt nun quasi vor der Ausstellung. Zunächst zur Odyssee seines Nachlasses. Ursprünglich waren es 76 viel zu voll gepackte Kartons voller Bücher oder Schachteln mit schmalen japanischen Pfeils, Briefen, Unterlagen, so wie sie eine Umzugsfirma eben aus dem Regal zieht. Die Bernsche Büchersammlung war in der DDR Goldstaub. Überlebensmittel eines wissenschaftlich arbeitenden Japanologen und Übersetzers. Erworben im Tausch als Geschenk von Verwandten oder Freunden in Japan. Jedenfalls unmöglich angekauft in der nicht kompatiblen Währung, in der wir unser Gehalt erhielten. Nach dem Mauerfall existierte vieles davon längst in den Bibliotheken im westlichen Teil Berlins. Die Exklusivität war verloren gegangen. Als der Tod Jürgen Berndt 1993 plötzlich aus dem vielseitigen Schaffen riss, musste seine Witwe, Dr. Ursula Berndt, sich nach einer passenderen Wohnung umsehen, die sie auch bald fand. Doch wohin mit den Büchern? Professor Kracht, Berndts Nachfolger an der Humboldt-Uni, kam mit eigenen Sammlungen aus Tübingen. Literatur war nicht sein fachlicher Schwerpunkt, sollte es auch explizit nicht sein, da man ja strukturelle Doppelungen im wiedervereinigten Berlin künftig vermeiden wollte. Und in der Morioga-Gedenkstätte waren die Regale inzwischen gefüllt mit dem Nachlass des Germanisten Dr. Haruo-Otschi, dessen Ankauf aus Mitteln der Klassenlotterie Professor Hizia Kirschenreit bei der ersten Sitzung der Stiftung Morioga-Gedenkfonds einen Monat vor Berndts Tod angeregt und um den sich der Senat sehr bemüht hatte. Eine Pakt-Situation. Ich bin Dr. Krempchen von der Staatsbibliothek außerordentlich dankbar, dass er sich in dieser Situation unter hohem Zeitdruck bereit erklärte, die Sammlung erst einmal in der Stabi zu sichern. Dr. Krempchen war oft in Ost-Berlin, schätzte Jürgen Berndt. Als 1999 an der Universität Erfurt ein Lehrstuhl für ostasiatische Geschichte geschaffen wurde, waren alle Beteiligten einverstanden, den Nachlass 2002 der Erfurter Universitätsbibliothek zu übergeben. Doch schon sechs Jahre später, als der Lehrstuhl nicht verstetigt werden konnte und Professor Zöllner nach Bonn ging, bestand ab 2008 von Seiten der Erfurter Bibliothek längerfristig kein Interesse mehr an der Bewahrung des Konvolutes. Das ist die undramatische Formulierung. In dieser kritischen Situation haben sich Christian Dunkel und Ursula Flache sehr dafür eingesetzt, den nicht eingearbeiteten Nachlass 2014 wieder nach Berlin zu holen, an den Ort des Wirkens von Jürgen Berndt. Die Bücher, soweit noch nicht vorhanden, gingen in den Magazinbestand der Staatsbibliothek ein. Andere wurden als Dubletten anderen Einrichtungen angeboten. Unberührt sind dagegen die Kartons mit Manuskripten, Briefen, Materialsammlungen, korrigierten Rohübersetzungen, teilweise auch dienstlichen Unterlagen. Schließlich hieß Japanologe sein in der DDR Homeoffice, meist ohne Telefon. Wir kamen nur zum Unterricht oder zur Sitzung in die Universität. Und Sitzungen gab es wahrlich mehr als genug, auf allen Ebenen. Oft trafen wir uns in Cafés oder in privaten Wohnungen. Dienstliches und Privates waren sehr verwoben. Ich habe mich nach der Sichtung des Konvoluts oft gefragt, hätte Jürgen Berndt selbst das alles in eine Bibliothekssammlung gegeben? Was berührt die Persönlichkeitsrechte anderer? Man könnte genauso gut aufstocken. Es gibt noch vieles zu bedenken und zu bearbeiten. Für Letzteres stehen allerdings keine Mittel zur Verfügung. Und so wird diese Kiste symbolisch noch einige Zeit, wie zum Beispiel im Literaturarchiv Marbach, einen roten Punkt tragen für noch nicht öffentlich. Für die Vitrine in Spee habe ich einen kleinen Karton mit Briefen empfohlen, die ich aus heutiger Sicht sehr spannend finde und die zumeist in Zusammenhang mit der Publikation der 1968 bei Volk und Welt erschienenen japanischen Dramen stehen, die sehr lange Zeit die einzig zugängigen Übersetzungen japanischer Gegenwartsdramatik waren. Besonders Junji Kinostas poetischer Abendkranich Yuzuru ist in der DDR mehrfach in Berndts Übersetzung aufgeführt worden. Heute findet er sich eher im Programm von Kindertheatern. Der Kern der Arbeit von 1968 wirkt bis heute weiter. Was in den 60ern gänzlich anders als heute war, ist, dass Jürgen Berndt als der einzige kompetente Kenner derjenige war, der die zu übersetzenden Werke selbst auswählte und vorschlug. Anders auch der Kontakt zwischen Übersetzer und japanischen Autoren. Sabine Mangold hat das im Ogawa-Yoko-Webinar am 31.01. an der FU bestätigt, dass Übersetzer heute nur in den allerseltensten Fällen Kontakt zu den Schriftstellern haben, die sie übersetzen, weil diese, vor allem Prominente wie Murakami, von ihren Agenturen abgeschirmt werden. Anders in den 1960ern, noch dazu im Osten Berlins. Wir befinden uns in einer Zeit der dünnen, bläulichen, handschriftlichen Luftpostbriefe, falls sich noch irgendjemand erinnert. Heute, heutige Übersetzer würden frohlocken, wenn sie sähen, wie die Autoren sich entschuldigend für die Umstände dem armen Übersetzer Berndt zum Beispiel eine Karte malten, damit er einen Text geografisch besser versteht, links oben. Oder eine lange handschriftliche Liste anfügten mit Termini aus dem Nagasaki-Dialekt, mit entsprechenden Erklärungen, wie hier bei Ken Miyamoto zu seinem Drama der Pilot, gleich mit handschriftlicher Kurzbio. Ja, so lief das damals. In den Briefen geht es auch um die Honorare. Einige wollten ihr Honorar wie üblich in Yen oder D-Mark, was in der DDR schwer aufzubringen war. Andere eine Schiller-Gesamtausgabe. Yamasaki hatte die Absicht, nach seinem Aufenthalt in Amerika auf dem Rückweg über Europa zu reisen und sein Honorar quasi vor Ort abzutunen. Ein enormer persönlicher Betreuungsaufwand für den Übersetzer und seine Frau. Aber auch eine Fülle einzigartiger Begegnungen. In weiteren Briefen von Schriftstellern wie Hiroshi Noma, Hideo Odagiri und Sawako Ariyoshi und vielen anderen heißt es, dass sie entweder selbst nach Berlin kommen wollten oder um Unterstützung für Bekannte baten, meist für Schauspielerinnen oder Theaterleute. Dr. Ego Saito, Jürgen Bernds erste Frau, verwahrt ein großes Gästebuch mit Widmung dieser Besucher. Es liest sich wie ein Who is Who der japanischen Kulturszene jener Zeit. Für die Vitrine, wie wenig letztendlich auch immer hineinpasst, habe ich allerdings einen Brief von Yukio Mishima vorgeschlagen, weil ich davon ausgehe, dass er als einer der bedeutendsten und meist übersetzten japanischen Autoren des 20. Jahrhunderts den höchsten Wiedererkennungswert hat. Bernd und Mishima kannten sich, haben sich auch in Japan getroffen. Mit diesem Beibrief vom 24.09.1967 sandte Mishima Bernd drei Dramen. Allerdings wurde letztendlich keines in die Anthologie aufgenommen. Wusste man in der DDR von Mishimas politischen Aktivitäten, die 1970 in einen Putschversuch mündeten? Oder kam das Paket einfach zu spät an? Nein, angesichts des Vorlaufs, den man in der DDR von Manuskriptabschluss bis zum Druck 1968 brauchte. Wir wissen es nicht. Wenn ich hier quasi aus dem Briefkästchen plaudere, dann vor allem, um sie von vornherein auf Bernds Arbeitsweise einzustimmen. Es geht mir nicht um einen Überblick über sein Gesamtwerk, sondern darum, wie er wirkte. Wer war dieser Jung Bernd? Wahrscheinlich für jeden, der ihn traf, ein anderer. Professor Eduard Klopfenstein hat das Wesentliche prägnant zusammengefasst an seinem wunderbaren Nachruf zur Erinnerung an Jürgen Bernd, und zwar aus der Sicht des akademischen Fachkollegen und gern aufgesuchten Gesprächspartners zu Fragen der japanischen Literatur und Poesie. Ich möchte dieses Bild heute ein wenig aus meiner Innensicht als Studentin und Mitarbeit in 20 Jahren an Bernds Seite illustrieren. Als Bernd-Schülerin würde ich mich nicht bezeichnen. Es wäre sogar zu fragen, gibt es den, die überhaupt? Und warum ist das so? Ich bin mehr oder weniger freiwillig einen eigenen Weg gegangen, jenseits des akademischen und übersetzerischen Schaffens, wenn gleich mit beidem eng verbunden. Unser gemeinsamer Nenner waren neben dem Theater die interkulturellen Vermittlungsstrategien, die Schnittstelle von Wissenschaft und Öffentlichkeit. Und ich glaube, so manchen in der DDR-Japanologie Sozialisierten, die noch heute an Universitäten im In- und Ausland, in Instituten, Botschaften, als Guides oder Übersetzer ihren Fußabdruck in den deutsch-japanischen Beziehungen hinterlassen, geht es wie mir. Er ist vor allem Vorbild in seinem unermüdlichen Einsatz und seiner Haltung als Vermittler, die er selbst in einer Rede Anfang der 90er so zum Ausdruck brachte. Ich will nicht im Einzelnen darüber reflektieren, was ein Japanologe ist, sein sollte und muss. Aber eines steht für mich fest und steht auch weiterhin für mich fest. Es gehört zum Berufsbild oder, wenn Sie so wollen, zur Berufsethik eines Japanologen, dass er eine Mittlerfunktion übernimmt. Und für mich selber war Japan stets mehr als nur ein mehr oder weniger abstrakter Gegenstand eigener wissenschaftlicher Betätigung. Japan mit dem Instrumentarium einer wissenschaftlichen Disziplin zu erforschen, ja, das ist die vorrangige wissenschaftliche Aufgabe eines Japanologen. Darüber hinaus aber muss und sollte er es als seine Verpflichtung, als seine Berufung betrachten, seinen Beitrag zum Verständnis zwischen dem Volk, dem er selber angehört und dem, dass er in vielfältiger Weise studiert, zu leisten. Und insofern ist mein ganz persönlicher Werdegang als Japanologe stets auch ein Teil des Entstehens und Wachsens der Beziehung zwischen der DDR und Japan gewesen. Zumindestens war mein Werdegang, all mein Tun, in diesem Prozess eingebettet. Ich habe ihn unmittelbar miterlebt, ihn durchlebt, ihn auch ohne pathetisch werden zu wollen, durchlitten. Könnte sich erstmal ein bisschen erholen in Landschaft. Jürgen Bernd wurde am 31. Mai 1933 im Jahr des Reichstagsbrandes in dem kleinen Fischerdorf Lauterbach auf der Halbinsel Rügen geboren. Sein sechstes bis zwölftes Lebensjahr waren geprägt vom Zweiten Weltkrieg. Mit 14 verlor er seine Mutter. Er trieb viel Sport, in der Leichtathletik hielt er lange Rekorde. Schon früh verspürte er einen Hang zum Schreiben. Manche sagen ja, eigentlich hätte er genauso gut Schriftsteller werden können. Doch das hätte ihn wahrscheinlich noch eingreifbarer gemacht. Er konzentrierte sich auf das Übersetzerische und Journalistische und letzteres schon in der Abiturzeit, wo er gelegentlich Artikel für die Ostsee-Zeitung verfasste. Er war nicht nur stark in der Beobachtung des Alltäglichen, sein Blick ging schon früh darüber hinaus, auch gen Asien. Als Sohn eines Geflügelzüchters hätte er sich im westlichen Teil Deutschlands sicher kein Studium leisten können. Im Arbeiter- und Bauernstaat schon. 1952 begann er sein Studium an der Humboldt-Universität. Zunächst in der Sinologie bei Professor Erkes mit Japanologie im Nebenfach bei den Professoren Zachert und Ramming. Vor allem bei Professor Zachert, der 1960 an das SOS nach Bonn ging und der Bernds Talente sehr schätzte, hat er sich alles angeeignet, was man zum Verständnis und zur Erschließung der klassischen chinesischen und japanischen Literatur, also der Schriftstrache, brauchte. Auch Texte des klassischen japanischen Theaters gehörten bereits zu seiner Lektüre. Seine Diplomarbeit, 1954 schon geschrieben, befasste sich mit der Gestalt des Yoshitsune im mittelalterlichen japanischen No-Spiel. Ohne den Vortrag hätte ich das auch nicht gewusst. Nun ist mir aber klar, wieso er fast spielerisch leicht, wie Ogei sagen würde, oder nebenbei die Programmhefte der mindestens vier No-Kyo-Gen-Gastspiele in der DDR verfassen konnte, 1989 sogar mit den Stückübersetzungen. Mir und meinem Begleiter hat er damals ein außerordentliches Theatererlebnis beschert. Trotz der winzig kleinen Schrift, in der Mitte sehen Sie das, verfolgten wir synchron Inhalt und Geschehen auf der Bühne mit Gänsehaut. Dr. Rehse hat das Gleiche hinter der Mauer auch gemacht, doch wir konnten ja nicht einfach rübergehen und uns das angucken. Also das ist von 1987, ist ein Gastspiel in West-Berlin und da hat Dr. Rehse auch die Stücke übersetzt. Zurück zum Studium. In der eben zitierten Rede erinnert Bernd sich, 1952 habe ich hier in Berlin mein Studium der Japanologie aufgenommen. Jahrelang war ich der einzige Student dieses Faches an der Uni und 1957 habe ich als erster und einziger mein Staatsexamen als Japanologe in diesem Lande abgelegt. Als erster staatlich geprüfter Japanologe dieses Landes blieb er als wissenschaftlicher Aspirant an der Universität. Seine erste Japanreise hatte er 1958 als Dolmetscher für den Friedensrat der DDR bei einem Anti-Atomwaffen-Kongress. Durch seine Einsätze als Dolmetscher hat Jürgen Bernd auch später ein stabiles Netzwerk von Japanfreunden und Unterstützern aufgebaut, wie zum Beispiel zu Dr. Hans Modrow, Professor Karl-Heinz Schulmeister vom Kulturbund der DDR oder zu den Rektoren der Humboldt-Universität, die er bei der Unterzeichnung von Partnerschaftsverträgen begleitete. Mehr Variabilität im mündlichen Sprachgebrauch und ein noch weiterer Kosmos eröffneten sich durch eine agile, fremdsprachlich und literarisch gut ausgebildete Japanerin, die gleichaltrige Ego Saikdo. Normalerweise waren Beziehungen mit Partnern aus westlichen Ländern in der DDR nicht gern gesehen. Doch Saikdo-Sensei war wissenschaftliche Mitarbeiterin und Vertreterin Japans im Sekretariat der Internationalen Demokratischen Frauenförderation, IDFF, einer UNO-Institution, die in Ostberlin ihren Sitz hatte, genau hier gegenüber in dem Roten Gebäude. 1959 heirateten die beiden. Abends nach der Arbeit korrigierten und diskutierten sie die Bandschuhebene, einen literarischen Text mit langen Sätzen ohne Punkt und Komma von Yuriko Miyamoto, der mit weiteren zwei Erzählungen der Autoren bereits 1960 beim Aufbau Verlag erschien. Daneben begannen die beiden in den ersten Jahren in kleinen Abschnitten mit der Rohübersetzung des Zude-Sude-Gussa, draußen in der Stille. Darauf komme ich später noch zurück. Uns Studenten gegenüber begründete er, Begründete Bernd stets seine vielfältige Übersetzertätigkeit sinngemäß. Man kann interdisziplinär, überregional oder öffentlich nicht über etwas diskutieren, was nicht übersetzt vorliegt, also für andere nicht nachvollziehbar ist. 1959 nahm Jürgen Bernd seine Lehrtätigkeit zur modernen japanischen Literatur und Sprache auf und wurde 1961 wissenschaftlicher Assistent. 1963 promovierte er zum Dr. Viel mit einer Arbeit über eben jene proletarische Schriftstellerin, Yuriko Miyamoto. Ebenfalls 1963 übersetzte er mit dem japanischen Lehrer und späteren Philosophen Se-E Shinohara Natsume Sosekis Bo-chan, ein offizielles Projekt, um Visum und Aufenthaltskosten des Japaners zu garantieren. Das Buch erschien 1965 unter dem Titel Der Tor aus Tokio im Aufbau Verlag. Es gab Neuauflagen im Teseos Verlag 1990 und 2010 bei Angkor. Shinohara war Ogai-Fan, erkundete Ogai-Orte in Berlin und brachte die Idee auf, an Ogais erster Unterkunft in Berlin in der Marienstraße 32 eine Gedenktafel anzubringen. Bernd riet ihm, in Japan einflussreiche Persönlichkeiten der Literaturszene zu involvieren. Shinohara unterbreitete den Vorschlag auf der Generalversammlung des japanischen Schriftstellerverbandes am 20. April 1965 in Tokio. Daraufhin sandten am 8. Juni ebenfalls 1965 führende Vertreter japanischer Literaturvereinigung wie der spätere Literatur-Nobelpreisträger Yasunari Kawabata gemeinsam ein Schreiben an den Magistrat von Berlin, das auf die Symbolhaftigkeit dieses Topos für die deutsch-japanischen Beziehungen hinwies. 1966 konnte dann beim Besuch der ersten Freundschaftsdelegation aus Japan eine Gedenktafel enthüllt werden. Seitdem hatte Jürgen Berndt die Idee von einer Moriogai-Gedenkstätte. Es kann sein, dass ich auf der MOG sage. Das ist einfach so drin im Hinterkopf. Eko Saito war 1964 als Sprachlehrerin an dem Bereich Japan der Humboldt-Universität gewechselt. 1964 war auch das Jahr, in dem Jürgen Berndt und Eko Saito gemeinsam als Dolmetscher für die DDR-Mannschaft im gesamtdeutschen Team an den Olympischen Sommerspielen in Tokio teilnahm. Das deutsche Team war damals das größte mit 370 Athleten. Warum die Frauen rosa anhaben, weiß ich nicht. Natürlich war der Aufenthalt auch ein willkommener Anlass zu treffen mit Literaten. De facto leitete Jürgen Berndt die Japanologie ab 1964. Von 1968 bis 1970 war er darüber hinaus stellvertretender Direktor für Forschung der 1968 gegründeten Sektion Asienwissenschaften und konnte sich wissenschaftsstrategisch einbringen. Zu den Gästen, die bei Berndt in den 1960ern mehr über das klassische japanische Theater zu erfahren suchten, gehörte auch der Schauspieler, Regisseur und Dramatiker Manfred Karje. In das kulturelle Gedächtnis meiner Generation hat er sich zum Beispiel durch den Film Die Abenteuer des Werner Holt eingebrannt. Oder über die Spektakelaufführung in der Volksbühne, wo parallel an mehreren Spielorten kurze Stücke von Heiner Müller und anderen gezeigt wurden. Letzte Woche schrieb mir der inzwischen 85-Jährige, dass er sich sehr wohl an die Gespräche mit Jürgen Berndt erinnere, die in Zusammenhang mit der Inszenierung von Sieben gegen Themen von Aischilos im Berliner Ensemble standen. Sie sehen Masken und formalisierte Darstellung, das hat schon Annäherung an das Nottheater. Über Berndt hat Karje den No-Spieler Hideo Kanse kennengelernt, den Helene Weigl dann für ein halbes Jahr ins Berliner Ensemble holte. Viel später hat Karje in Tokio sogar eine Inszenierung mit Kanse gemacht. Das ist das Bild rechts unten. Kanse sieht, also das muss vor 2007 gewesen sein, denn da ist Hideo Kanse verstorben. Für mich waren diese Geschichten über die Kontakte in den 1960ern faszinierend, war ich doch selbst als Abiturientin oft samstags nach der Schule nach Berlin gefahren, um mir im Berliner Ensemble die klassischen Brecht-Inszenierungen anzuschauen. Brecht hat heute nicht mehr die Bedeutung wie zu meiner Zeit, als alle Welt ins Berliner Ensemble pilgerte. Beide Berndts waren außer mit Hideo Kanse, auch mit anderen Theaterleuten wie Senda Kurea, dem Begründer des Hayusa-Theaters in Tokio und Wegbereiter Brechts in Japan, den Theatergermanisten Prof. Tatsuji Iwabuchi, Prof. Koshibe, Prof. Igarashi und vielen anderen befreundet und gut bekannt. Hier sehen Sie Kanse rechts und Senda links beim internationalen Brecht-Dialog 1968. Hinter Kanse sehen Sie Saito Sensei auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, wo morgen mit Sekt an Brechts Grab der 125. Geburtstag gefeiert werden wird, mit dem Kultursenator. 20 Jahre haben wir um ein Gastspiel des Berliner Ensemble in Japan mit der Drei-Groschen-Oper gekämpft. Ich war 1979 noch bei den Bühnenbesichtigungen in Tokio dabei. Als es nach der Wende dann endlich klappte, war es schon das Paimann-BE und man zeigte besser Arturo Ui. Und Wutke bis in den Teppich, weil er nicht verstehen konnte, dass japanisches Publikum höflich klatscht und dass er nicht Standing Ovations hatte wie in Lateinamerika. Ich erwähne das alles, obwohl vieles davon vor meiner Zeit war, weil ich die Verwurzelung der Berns in der Kultur, ja im aktiven Kulturschaffen beider Länder, von Anfang an bewundert habe und weil es für die Großzügigkeit der Berns spricht. Sie haben all diese wunderbaren Leute mit uns geteilt, uns einbezogen und als ich 1979 zum ersten Mal nach Japan kam, standen mir alle Türen offen. Freikarten waren kein Problem. Es wurden Freundschaften daraus, die über Berns Tod hinausbestand hatten. Professor Iwabuchis letzte Einladung an mich war noch ins alte Kabuki-Theater in Jisanbasan nach Moriogai. Sennas Wohnung in Roppongi konnte ich noch 20 Jahre nach seinem Tod nutzen, wenn ich in Tokio war. Jürgen Bernd trifft man weniger auf Fotos als in seinen Büchern und Schriften. Seine zweite Frau Ursula Bernd hat seine Übersetzung und Publikation mit allen Auflagen und Lizenzauflagen kurz vor meinem Ruhestand der Moriogai-Gedenkstätte übergeben. Professor Klopfenstein spricht von 5000 Druckseiten an Übersetzung. Doch um eine Analyse des Werkes soll es heute nicht gehen. Lassen Sie mich chronologisch fortfahren. Das Jahr 1973 ist für die DDR-Japanologie ein wichtiges Jahr. Jürgen Bernd wird zum Hochschuldozenten für japanische Literatur berufen. Am 15. Mai erkannte Japan die DDR an und am 19. Oktober 1973 wurden die diplomatischen Beziehungen besiegelt. Das ist jetzt 50 Jahre her. Als die Beziehungen nach 17 Jahren Flücke wurden, verschwand das eine Land. Zur Feier des diplomatischen Aktes wurde 1973 im Pergamon-Museum eine große einzigartige Ausstellung 3000 Jahre japanischer Kunst gezeigt. Leider haben meine Poster die mehreren Umzüge nicht überlebt. Im Internet finden sie nichts mehr darüber. Vergessen, verschwunden. 1973, das war der Startschuss für einen enormen Aufschwung der Beziehung, vor allem auf kulturellem, später auch auf wissenschaftlichem Gebiet. Und deren erste Nutznießer waren wir. Eine Gruppe von zwölf StudentInnen, die aus 60 Bewerbern ausgewählt nach fünfjähriger Pause am Bereich Japan immatrikuliert wurden. Und zwar als Sprachmittler. Englisch, Japanisch, Indien hatte ebenfalls die DDR anerkannt, also Englisch, Indisch wäre auch möglich gewesen. Sprachmittler ist der DDR-Oberbegriff für Dolmetscher und Übersetzer. Russisch oder eine verbreitete europäische Fremdsprache war stets die Erstsprache, falls es mit den Beziehungen mit fernen Ländern mal nicht so gut lief. Man setzte zuerst auf Sprache, die fachliche Spezialisierung sollte später erfolgen. Bei den Eignungsprüfungen 1972 traf ich Jürgen Berndt zum ersten Mal. Und zwar in der Unistraße 3b, drei Minuten von hier entfernt. Und vielleicht mal hier ein kleiner Einschub. Man sagt ja immer, die Landkarte ist nicht die Landschaft, aber Landkarten zu verstehen ist ja auch schon mal von Vorteil. Ja, ein Überblick, wo sich die Japanologie in der DDR überhaupt befand. Nach dem Krieg bis zum Ende meines Studiums hatte die Japanologie ihren Sitz in der Unistraße 3b, ganz links, im ersten Stock. Immer zusammen mit den Sinologen und Koreanisten und Mongolisten. Über uns die Philosophen und unter dem Dach die Theaterwissenschaft. Als die Unistraße 3b saniert werden sollte, zogen wir um 1980 in die Baracke im Innenhof der Kommode, so heißt die ehemalige Königliche Bibliothek auf Berlinisch, heute juristische Fakultät. Die Kommode war übrigens auch der Arbeitsort von Fritz Rumpf und Otto Kümmel, bevor er Gründungsdirektor des Museums für ostasiatische Kunst wurde. Ende 1987 war die MOG, nehme ich manchmal für Mori-Oge-Gedenkstätte, bezugsfertig. Die Japanologen zogen 1988 zunächst in den ersten Stock, in die MOG ein, 1993 dann ins Erdgeschoss, bis zur Gründung des Zentrums für Sprache und Kultur Japans 1995, aber das ist eine andere Ära. Unser fünfjähriges Studium verlief zunächst nach einem festen, verbindlichen Stundenplan für alle. Obwohl wir nichts anderes wünschten, als schnell Japanisch zu lernen, um uns im künftigen Berufsleben bis zur Rente mit Japan zu befassen, Ja, das war staatliche Planwirtschaft, jedenfalls in der Theorie. Man hat eben nur zwölf Studenten immatrikuliert, immer nur so viel, wie man garantieren konnte, dass es hinterher auch einen Arbeitsplatz für diejenigen gibt. Aber wie gesagt, die Pläne hatten auch ein kurzes Verfallsdatum. Ja, und wir hatten, in dem Studium hatte erst einmal anderes Priorität, der für alle Studenten obligatorische Russischunterricht, ML, Marxismus-Leninismus, Sport und auch als entwickeltes und gut ausgestattetes Fach die Anglistik, wo wir alle theoretischen Fächer belegten, wie Übersetzungstheorie. Das gab es bei den Japanologen noch nicht. Der DOC, so nannten wir Dr. Bernd, und zwei meiner Kommilitonen starteten bald eine Initiative zur Einführung eines Propedeutikums, das heißt, in einem 0. Studienjahr sollte ausschließlich Japanisch unterrichtet werden, um dann zu Beginn des ersten Studienjahres annähernd auf dem Niveau zu sein wie im Englischen. Das kostete diejenigen viel Kraft, viele Konzepte mussten eingereicht werden, viele Gespräche im Hochschulministerium. Nutznießer waren dann erst zwei oder drei Generationen nach uns. Wir waren häufig bei Bernd zu Hause. Eko Saito gab uns in ihrer Küche unermüdlich einen Vorgeschmack auf das Land, von dem wir nicht wussten, ob wir es je selber betreten oder schmecken würden. Ihre vielen japanischen Bekannten waren unsere Sprach-Sparing-Partner, die uns viel über ihr Leben mithalten. Japanisch lernten wir mit diesen losen Blättern, die berühmten Ormic-Abzüge. An uns wurden die Lektionen von Saito Sensei und Dr. Silberstein noch einmal intensiv getestet, bevor sie in den Grundkurs japanisch eingingen, der erst viel später erschien. Um das Japanisch noch intensiver zu betreiben, kam die Idee eines Intensivkurses auf. Das heißt, Saito Sensei und japanische Gastwissenschaftler fuhren mit uns nach Grevesmühlen in Mecklenburg in ein Betriebsferienheim, wo wir quasi unser eigenes Japan errichteten und wo wir uns ungefähr zwei Wochen aufhielten. Dort angekommen war Deutsch-Tabu. Von jetzt ab durften wir nur noch Japanisch sprechen, nicht nur im Unterricht, auch beim Essen, beim Frühstück, unter der Dusche, in der Disco oder am Lagerfeuer. Natürlich haben wir auch geschummelt. Wer spricht schon gern mit Deutsch und Japanisch? Aber das Ganze hat uns vorangebracht und außerdem, wie Sie sehen, viel Spaß gemacht. So etwas durchzustellen auf universitärer Ebene, dass ein ganzer Jahrgang mal ein paar Wochen fehlte, war Sache des Leiters, auch wenn er selbst nicht mitkam. Zu Beginn unseres dritten Studienjahres hatten wir dann unseren ersten Dolmetsch- bzw. Betreuungseinsatz beim Internationalen Frauenkongress in Berlin, zu dem auch eine große japanische Delegation angereist war, mit zwei eigenen Simultandolmetschern. Es war überwältigend. Solche Praxiseinsätze waren selbstverständlicher Bestandteil unseres Studiums. Sehr schnell merkten wir, dass wir den japanischen Gästen, selbst wenn sie sozialistischen oder kommunistischen Hintergrund hatten, immer sehr viel erklären mussten, wie das gesellschaftliche Leben strukturiert ist, wie man als Frau in der DDR lebte, welche Organisationen es gab und vieles andere mehr. Daraus entwickelte sich ein sogenanntes Jugendprojekt. Die Jugend, das waren wir. DDR-spezifische Termini im Japanischen. Das heißt, wir sammelten Begriffe, die es nur in der DDR gab oder die DDR-Realität abbildeten, um dann Übersetzungsvarianten zu finden und diese mit häufig sprachmittlerisch Tätigen an unserem Bereich oder an den Ministerien abzustimmen, damit nicht jeder andere Termini im Japanischen benutzte. Letztlich kam man ohne eine längere Erklärung, was sich dahinter verbarg, eh nicht aus. Die Idee war gut. Heute heißt es, dass es etwa 800 bis 1400 solcher DDR-spezifischen Begriffe gab. Wir sammelten lediglich die politisch-gesellschaftlich Relevanten. Das Projekt kam aber einfach nicht voran. Denn nachdem wir einmal ins Wasser geworfen waren, kamen häufig Anfragen von außen, Dolmetschanfragen, die zu meiner Zeit für Japanisch noch alle über die Japanologie gingen. Erst nachdem unser Jahrgang ausgebildet war, gab es eigenes und mehr Personal bei der staatlichen Übersetzerorganisation Intertext oder bei den Reisebüros. Während ich mit japanischen Theatertruppen unterwegs war, übersetzte ein Teil unserer Gruppe mit Seito-Sensei jedes Jahr die japanischen Doc-Filme für die Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwoche. Und jeder hatte seine Vorlieben und seine eigenen Vokabellisten für bestimmte Themen und Anlässe. Vor lauter Homeoffice und mit Japanern unterwegs sein, bekam man die Beteiligten kaum noch an einen Tisch. Zehn Jahre später hätte ich mir gewünscht, jemand hätte so ein Projekt hinter der Mauer auch gemacht und wir hätten einfach ein Heftchen kaufen können, BAD-spezifische Termini im Deutschen und gleich noch mit der japanischen Version. Das kann sich heute kaum jemand vorstellen, aber wir hatten DDR-Japanisch gelernt. Liga für Völkerfreundschaft, Volkskammer, FDGB-Ferienheim, Staatsratsvorsitzende ging uns in Japanisch locker von der Zunge. Bei Kanzler, Kanzleramt musste ich passen, zumal wir in der Uni dann auch einen Kanzler bekamen. Naja, Treuhandgesellschaft schien für alle neu. Zum Glück gab es in der Wendezeit nicht genug Dolmetscher für all die japanischen Journalisten, also begleiteten wir sie Learning by Doing oder erfragten abends im Bundespresseamt von den Journalisten, was wir uns neu einprägen wollten. Aber zurück zu 1976. Im dritten Studienjahr erfolgte für etwa die Hälfte unserer Gruppe eine Umlenkung auf Regionalwissenschaften. Das heißt, einige spezialisierten sich auf Geschichte, Ökonomie. Ich durfte mich der Theaterwissenschaft widmen. Später sollten wir in diesen Fächern die universitäre Lehre übernehmen, da davon auszugehen war, dass mit den verbesserten Beziehungen zu Japan auch die Studentenzahlen weiter steigen würden. Das war der Plan. Nach zwei Jahren Geschichte, von der Frühzeit bis zur Gegenwart, hatten wir die ersten Seminare und Vorlesungen bei Jürgen Berndt in dieser Zeit. Zunächst zur Literatur und später zur Kulturgeschichte Japans. Die von Jürgen Berndt 1975 herausgegebenen zwei Bände »Japanische Kunst« dienten uns dabei als Lehrbuch, wurden später auch in Wien und 1980 in Ungarn verlegt. Übersetzt, bearbeitet und herausgegeben von Jürgen Berndt bedeutete, dass diese von vier japanischen Autoren unter Professor Torao Miyagawa für Japaner verfasste Kunstgeschichte nicht einfach übersetzt werden konnte, sondern für deutsche Europäer anders formuliert, erklärt und kommentiert werden musste, also eher eine gelungene Berndsche Adaption war. Eine schwere Geburt war der 1985 erschienene Band »An jenem Tag literarische Zeugnisse über Hiroshima und Nagasaki«. Jürgen Berndt stand unter enormem Zeitdruck, weil man ihm angeboten hatte, den Band beim Kongress des japanischen Penn 1984 zu präsentieren. Also setzte er auf Teamwork, bat fünf von uns Assistenten, doch einige Texte zu übernehmen. Nun ist bekanntlich nicht jeder, der sich mithilfe des Wörterbuches einen Text erschließen kann, ein literarischer Übersetzer. Und genau das Literarische fehlte Jürgen Berndt bei den Entwürfen. Es wäre vermutlich schneller gegangen, wenn er die Texte gleich selber übersetzt hätte, statt langwieriger Korrekturen. Jedenfalls außer Heike Schöche, jetzt Patschke, hat nach dem »Nach einer Rohübersetzung von« niemand von uns mehr eine literarische Übersetzung angerührt. Das Theaterstück »Eine Frau aus Hiroshima« von Murai Shimako hatte ich inklusive Übersetzungsrechten aus Japan mitgebracht. Es sollte prägnant und für Schauspieler sprechbar sein. Ich mochte es nicht, dass Jürgen Berndt einen Lesetext daraus machte und wieder jedes Kie-Gefühl und jedes Kokoro-Herz hinein korrigierte. Der Vater meiner Kinder und ich haben später einen Theatertext daraus gemacht, der von ihm als Frau von Hiroshima inszeniert, viele Jahre in Kirchengemeinden der DDR aufgeführt wurde, was Jürgen Berndt sehr freute. Weitaus besser lief es parallel beim BI-Lexikon ostasiatischer Literaturen, auch 1985 erschienen, dessen Herausgeber Jürgen Berndt war. Hier waren nur Professorinnen, Berndt war übrigens der einzigste Mann in der asiatischen Literatur an der Uni, involviert, die sich jahrzehntelang kannten, die aufeinander eingespielt waren, auch bereits Symposien zu ostasiatischen Literaturen gemeinsam durchgeführt hatten mit Literaturwissenschaftlern aus Osteuropa. Ihr gemeinsames Kernthema war meine gesamte Studienzeit über die proletarische Literatur. Das hat es meines Erachtens danach nie wieder gegeben, dass die kulturelle Umbruchszeit in den 1920er, 30er Jahren international von einer Vielzeit von Wissenschaftlern über 20 Jahre hinweg interdisziplinär in allen Facetten erforscht wurde, nicht nur in den Japanologien. Anfang der 1980er geht diese Phase dann zu Ende. Der Diskurs nimmt andere Formen an. Doch vorher, 1978, beendet Jürgen Berndt noch seine Habilitation zur Geschichte der sozialistischen Literatur. Eko Seite und Ursula Winkler promovieren 1979 ebenfalls zum Themenkreis proletarische Literatur. Gasthörer beschäftigen sich mit der proletarischen Kunst und ich wurde auch proletarisiert, erhielt mein Diplom-Thema zur proletarischen Theaterbewegung Japans, mit dem ich 1978 mein Studium abschloss. Übrigens hat Jürgen Berndt in insgesamt zwölf weiteren großen Lexika die Japan-Einträge übernommen. Diese Funde in der Japan-Bibliothek, Steffi, erinnerst du dich, wir haben neulich drüber gesprochen, in der Johannesstraße 10, erinnerten mich daran, dass unsere Japanologie unter Leitung von Jürgen Berndt auch einst Japan-Studien herausgegeben hat. Also nicht J-Studien, sondern Japan-Studien, und nicht bei Verlagen, sondern quasi handvervielfältigt. Es waren meines Erachtens Zusammenfassungen von Diplom- oder Dissertationsprojekten. Sie sehen hier bei Redaktion den Namen Prof. Dr. Karl-Heinz Horn. Der Wirtschaftswissenschaftler kam 1978 nach einem längeren Auslandsaufenthalt bei einer UNO-Organisation in Wien, glaube ich, eher unverhofft an die Japanologie. Er sollte den Forschungsbereich Ökonomie Japans ausbauen und hat, obwohl selbst das Japanische nicht mächtig, viele Diplomarbeiten und Dissertationen betreut. Entschuldigung. Freud, lass grüßen. Vor allem hat Jürgen Berndt sehr auf den unliebsamen und oft bürokratischen Verwaltungsaufgaben entlastet. 1979 wird Jürgen Berndt zum ordentlichen Professor für Japanologie berufen. Zur Feier des Ereignisses musste auf seinem Wochenendgrundstück in Lenitz ein Wildschwein sein Leben aushauchen. Wenn ich es recht bedenke, haben wir in der DDR viel mehr miteinander gefeiert als heute. Ganz links sehen Sie Jürgen Berndt. Im September 1979 ging ich dann bis März 1981 an die Waseda-Universität zum postgradualen Studium. Nach unserem Diplom hatte das Hochschulministerium beschlossen, erstmalig Mombusho-Stipendien anzunehmen. Wir wurden gewarnt, uns nicht zu Schulden kommen zu lassen, sonst würden die anderen in der Warteschlange Japan nie zu Gesicht bekommen. Wenn Berndt in Japan war, haben wir uns getroffen und über unsere Studien berichtet. Wenn gleich eine andere Stimme sagte, wer weiß, ob du je wieder hierher kommst, kopiere alles, was nützlich sein könnte, lerne alles über Japan kennen, schreiben kannst du noch zu Hause. Ich kam mit Teekisten voller Kopien nach Berlin zurück, gab meinen Pass ab, wurde als Reisekader gestrichen und musste erfahren, dass meine Zukunft, auf die ich hingearbeitet hatte, sich verflüchtigt hatte. Die Stelle als Dozentin für japanisches Theater war schon 1981 von den staatlichen Planungen wieder gestrichen worden. Jürgen Berndt konnte das nicht verhindern, wie er es gleichzeitig nicht verhindern konnte, wen die Japanologie alles von außen aufnehmen musste. Paradoxerweise bekam ich dafür, ohne mein Zutun, wohl als Trost eine Assistenz. Ich musste nur noch unterschreiben. So wurde ich Berndts geschäftsführende Assistentin. Und schon schickten große Ereignisse ihre Schatten voraus. 1981 stattete Erich Honecker Japan einen Staatsbesuch ab. Ich habe extra einen Spiegelartikel ausgewählt, sonst würden sie es für Propaganda halten. Tatsächlich wurde Erich Honecker mit Ehren empfangen, wie sie bis dahin kaum einem westlichen Staatsoberhaupt zuteil wurden. Woran das lag? Fontane würde sagen, das ist ein weites Feld und kann hier nicht vertieft werden. In unserem Zusammenhang ist wichtig, dass nach dem Staatsbesuch der bislang einzige Band zu den Beziehungen DDR-Japan aus damaliger DDR-Sicht erschien, herausgegeben von einem Autorenkollektiv unter Dr. Hans Modrow, damals Vorsitzender der Parlamentarischen Freundschaftsgruppe DDR-Japan, mit Ausführungen zur Geschichte der Beziehung von Jürgen Berndt. In erster Linie wohl für japanische Leser gedacht, denn die japanische Ausgabe erschien drei Jahre vor der deutschen. Dieser Staatsbesuch beflügelte die auf kulturellem Gebiet ohnehin heute unglaublichen Beziehungen noch mehr. Wenn sich je jemand die Mühe machte, herauszufinden, welche Klangkörper, Solisten, Ausstellungen großer Museen, Theatergastspiele und, 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 in dieser Zeit zwischen Japan und der DDR hin und her wechselten, es wäre eine sehr lange Liste. Und wir waren mittendrin. Statt langer Liste und bunter Bilder, hier ein Beispiel, wie damals Unmögliches möglich wurde. Das Berliner Naturkundemuseum ist unlängst saniert worden. Dabei war laut Presse das größte Problem, dass von den Sauriern ja kein Knochen oder Zäh verrückt werden durfte. Im Juli 1984, kurz vor Gründung der MOG, gab es in Tokio eine große Saurier-Ausstellung, gekoppelt mit einer kleinen zu 175 Jahren Humboldt-Universität, zu der das Museum damals noch gehörte, mit mehreren vollständigen Sauriern am anderen Ende des Globus. Also doch ziemlicher Unterschied, heute undenkbar. Die Show zählte in den 100 Öffnungstagen 610.915 Besucher. Mehrfach besuchten Mitglieder der kaiserlichen Familie die Ausstellung, darunter auch der damalige Kronprinz und spätere Tenno Akihito. Jürgen Berndt war gut im Bodenbereiten, Nemawashi, wie wir Japanologen das nennen, hatte stets einen guten Riecher, wann eine Welle kam, auf der man reiten könnte, wann ein günstiger Kairos-Moment war, um Visionen, die lange warteten, umzusetzen. Für uns begann im September 1984 ein besonderer, erfüllender Marathon. Gemeinsam mit Professor Liedin in Kopenhagen und der Tokai-Universität hatte Jürgen Berndt das Symposium Japan Today langfristig vorbereitet, das vom 24. bis 27. September 1984 im Senatssaal der Humboldt-Uni stattfand, mit Tagungen in mehreren Sektionen. Es war überhaupt das erste Symposium, in dem in gleicher Weise Teilnehmer aus Ost- und Westeuropa auftraten, und Japan natürlich. Ostberlin hatte laut Jürgen Berndt eine besondere Verpflichtung an der Schnittstelle zweier Lager. Die Liste im Protokollband zählt 117 Teilnehmer. Die für mich interessanten Vertreter aus Ostbeuropa kannte ich bereits. Einige aus westlichen Ländern hatten uns besucht, aber einigen von ihnen bin ich bei diesem Symposium zum ersten Mal begegnet. Wir haben Kontakte geknüpft, die noch Jahrzehnte später anhielten. Schon 14 Tage später wartete das nächste Großereignis, die Gründung der Mori-Oga-Gedenkstätte mit der Einweihung des Gedenkzimmers am 12. Oktober 1984. Auch hier war der Senatssaal zum Festakt wieder voll besetzt. Die Familie Mori, die Vertreter der japanischen Oga-Gesellschaft, der Kulturgesellschaft Japan DDR, alle, mit denen Jürgen Berndt in Japan viele, viele Gespräche geführt hatte, waren angereist. Auf den Fotos sehen Sie anschließend im Gedenkzimmer Dr. Miet-Max Mori, der Enkel Mori Ogaes, und seine Frau Satoko, sowie Ogaes Tochter Mori-An mit Mann und Sohn Uoichiro. Ein Jahr zuvor hatte der Bereich Technik der Humboldt-Uni, der die Räume bisher nutzte, die Kündigung erhalten, die Chance der Krise. Umgehend hatte Jürgen Berndt sein Netzwerk in verschiedensten Institutionen mobilisiert, um endlich in puncto MOG Nägel mit Köpfen zu machen. Schließlich stand der 100. Jahrestag der Ankunft Ogaes in Berlin bevor. In Windeseile restaurierte die Denkmalpflege den einzigen nicht modernisierten Raum, und obwohl zunächst nur das Gedenkzimmer existierte, wurde die Nachricht von der Einweihung in den Primetime-Nachrichten von NHK gesendet. Dass ein ausländischer Staat beziehungsweise dessen staatliche Universität für eine japanische Persönlichkeit eine Gedenkstätte errichtet, an historischem Ort, das war ein Ereignis, zog die Medien an. In der Mitte sehen Sie ein Foto, wie Jürgen Berndt die toten Maske anhängt. Sie war ein Geschenk der Ogaes-Gesellschaft. Zehn Minuten bevor die Gäste und der Rektor eintreffen sollten, hatten wir das Kästchen geöffnet, waren angetan von der künstlerischen Ausformung und fragten uns, oh Gott, wohin damit? Ich holte dann aus der Küche Hammer und Nagel und meinte, ist ja nur für heute. Und er hängte sie an. Dort hängt sie noch immer. Und wie Sie auf dem Bild links unten sehen können, war er sich nicht ganz sicher, ob sie nicht im nächsten Moment wieder runterfällt. Jürgen Berndt sah in der Moriogai-Gedenkstätte abseits der ephemeren kulturellen Großereignisse ein stabilisierendes Element in den Beziehungen DDR-Japan. Die Einrichtung sollte die materiellen und räumlichen Bedingungen der Japanologie verbessern und ein Ort des freien Austausches sein. Am Tag nach der Eröffnung reiste Jürgen Berndt mit Professor Hassegawa, dem damaligen Präsidenten der O-Gey-Gesellschaft, nach Leipzig zu einem Vortrag. Aus den Anfangszahlen geht hervor, dass Berndt zumindest einen Teil des Vortrags noch nachts übersetzt haben muss. Und womöglich ist er auch selber mit seinem Auto mit Hassegawa nach Leipzig gefahren. Jürgen Berndt war kein Karl-Spitzweg. Er mochte den Rückzug beim Übersetzen. Er konnte aber auch, wenn die Umstände es erforderten, ein Arbeitstier sein, das sich selbst verbrannte. Die Eröffnung der Moriore-Gedenkstätte war mein Einstieg in den Dienst dort. Jürgen Berndt hatte mich gebeten, die Betreuung zu übernehmen, vorerst im Rahmen meiner Assistenz. Als ich herausstellte, dass die Humboldt-Uni beziehungsweise Asienwissenschaften keine Stelle einrichten würden, erwirkte er, dass ich per Überleitungsvertrag quasi eine Scheinanstellung am 1981 gegründeten Kuratorium DDR-Jahrbahn bekam. Ich habe meinen Arbeitsplatz an der Moriore-Gedenkstätte nie verlassen, aber es ist schon kurios, aus was für Töpfchen sich mein Gehalt so speiste im Laufe der Zeit. Inzwischen sind wir schon weit in den 80ern. Ich möchte Ihnen gern zwei Lehrbuchprojekte aus den 80ern vorstellen, für die Berndt sich sehr eingesetzt hat. Zunächst den Grundkurs der modernen japanischen Sprache von Zaito Silberstein mit den beiden dazugehörigen Ergänzungsbänden. Die Inhalte stammen ausschließlich von den genannten Autorinnen. Rechts oben blau sehen Sie Dr. Silberstein. Doch durchgeboxt hat das alles Jürgen Berndt. Im Gegensatz zu einer literarischen Übersetzung auf Deutsch war hier neben dem Papierkontingent der Druck der Kanji das Problem. Das Buch musste in Japan gedruckt werden. Das zog sich in die Länge. Tokai Uni und Japan Foundation haben das Projekt unterstützt. Von der Sprachdidaktik her war es eins der besten japanischen Lehrbücher der 1980er. Das Manuskript war Jahre vorher fertig. Als es dann erschien, hatte es bis zur Wende nur eine kurze Lebensdauer, wenngleich auch Kollegen im Westen es gern benutzten. Heute, wo die Texte als nicht mehr zeitgemäß angesehen werden, hat es ein Zweitleben als Kunst in den Werken von Thomas Baumhekel, von denen einige gerade wieder von der Kunststiftung Sachsens angekauft wurden. Baumhekel schreibt quasi Sätze aus dem Grundkurs ab und befertigt Collagen daraus an. Das Zweite ist das Lehrbuch Japanisch für Naturwissenschaftler und Techniker. Von 1977 bis 1987 hatte es vier Auflagen. Es sollte Ingenieure und Techniker befähigen, sich mithilfe des Wörterbuches technische Inhalte aus dem Japanischen zu erschließen, um auf ihrem Gebet möglichst rasch in den neuesten Stand der rasanten Entwicklungen in Japan zu sein. Dr. Eichi Yasui, der 1960 in die DDR gekommen war, um Musik zu studieren, war lange am Bereich Japan als Sprachlehrer und außerhalb als Regierungsdolmetscher tätig. Die Lektionen und das sprachdidaktische System stammten von ihm. Die deutschen Texte hatte Jürgen Berndt in eine repräsentable Form gebracht. Auch dieses Buch erschien viel später als geplant und war zum Zeitpunkt der Erarbeitung noch ein Novum. Am 10. Januar 1987 bei minus 20 Grad Kälte erhielt ich völlig ahnungslos auf dem Lande ein Telegramm von Jürgen Berndt. Bitte sofort nach Berlin kommen. Staatsbesuch. Ich war noch im Mütterjahr mit meiner zweiten Tochter, kümmerte mich aber in der Morioga-Gedenkstätte für Stunden pro Monat um Gäste und Bauliches, was partout nicht vorangehen wollte. Nach zwei Jahren war endlich der Bereich Technik ausgezogen, der die anderen Räume der Gedenkstätte noch nutzte. Jürgen Berndt hatte unseren Partnern in Japan von der Stagnation berichtet. Das Kalkül ging auf. Wenn diese kleine Gedenkstätte den Japanern einen Staatsbesuch wert ist, dann sollten wir sie fördern, dachte man im Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen. Und plötzlich waren wir aus Zauberhand die finanziellen Mittel da, auch Handwerker und Möbel. Wir mussten nur sehen, dass der Staatsbesuch von Ministerpräsident Nakasone reibungslos und angenehm verläuft. Leichter gesagt als getan, mit noch Kohleheizung und einem gruseligen Keller, wo die Tauben hausten, einem Flur wie eben nach dem Auszug, wo die Tapete von den Wänden hing. Wir haben gemeinsam versucht, alles mit Fotos und Fächern zu kaschieren. Alle drei Stunden, auch nachts, musste ich in die MOG fahren, um Kohle nachzulegen, damit die Benjamina Ficus und was man uns sonst noch vom Protokoll geschickt hatte, bei minus 20 Grad nicht jämmerlich einging. 1988 dann das nächste Ogei-Großereignis. Die Filmaufnahmen für den Film Die Tänzerin Mai Hime, eine Japan-DDR-BAD-Koproduktion in der Regie von Masahiro Shinoda, der uns gemeinsam mit Gohiromi auch oft in der Ogei-Gedenkstätte besuchte. Asahi TV, Fotomitte, Herr Tanaka, hatte uns als MOG gebeten, die Recherche für einen Doc-Film zu übernehmen, der sich mit der Spurensuche nach der wahren Alice, also dem Modell der deutschen Geliebten des Helden in Ogeis Berliner Novelle befasst. Sie merken schon, das ist ein Thema, was mich nicht besonders reizt. Jürgen Bernd hatte kein Interesse, wollte aber nicht unhöflich sein. Er hatte ganz andere Sorgen. Er stand kurz vor einer vierfachen Bypass-OP und pausierte offiziell von Februar 88 bis Februar 89. Also bat er mich, das zu übernehmen. Einige Erkenntnisse und Materialien gingen sowohl in den Film als auch in die Dokumentation ein. Doch letztlich scheiterte die Recherche, die einen völlig anderen Ansatz als das in Japan übliche romantische Image hatte, daran, woran alle scheitern, an einem direkten Beweis einer Beziehung einer deutschen Frau X zu Ogei. Aber bekanntlich ist ja der Weg das Ziel. Und wie man in der DDR ans Ziel kam, war oft recht verschlungen. Der Film war ein Prestigeprojekt für die DDR. Also stellte ich beim Kuratorium meinem Gehaltszahler einen Antrag für die Recherche in West-Berlin. Offensichtlich hatte man auch vergessen, meine Reisekaderakte weiterzureichen. Jedenfalls bekam ich tatsächlich ein Drei-Monats-Visum. Ist mir heute noch ein Rätsel, wieso. Eine Zeit, in der ich in der Handschriftenabteilung der Stabi eine Ogei-Handschrift identifizierte, bei Domiok-Production, Fotos des Films für meine erste Dauerausstellung in der Mori-Ogei-Gedenkstätte erbart. Und ich das große Glück hatte, Max und Satoko Mori wiederzusehen, sowie Professor Schamuni kennenzulernen bei der Ogei-Ausstellung im japanisch-deutschen Zentrum am 10. April 1988. Alles noch vor dem Mauerfall. In den End-80ern, ja, war vieles möglich. Am 2. Juni 1989 konnten wir dann die komplett eingerichtete Ogei-Gedenkstätte im Beisein einer repräsentativen Wirtschaftsdelegation und wieder der Familie Mori eröffnen. Im Bild unten sehen Sie, dass der Chef sich am Tag zuvor nicht schonte, immer mit zupackte. Thomas unten, das ist Herr Dorfstecher, der Grafiker der ersten Dauerausstellung. Von japanischer Seite wurde Bernd der erste Orden der Mori-Ogei-Gedenk-Gesellschaft überreicht. Nun waren wir endlich da, wofür wir seit Jahren gekämpft hatten. Wir hatten mehr Platz, neueste Technik, viele Gäste aus Japan. Endlich könnten wir in Ruhe arbeiten und forschen. So dachten wir. Fünf Monate später fiel die Mauer und nichts galt mehr. Natürlich freuten wir uns über die neuen Freiheiten. Der berätte Ausdruck dieser Freude war 1990 eine spontane Einladung von Professor Schneider an uns Humboldtianer zu einem Besuch der Hamburger Japanologie. Ein Aufenthalt, an den ich mich gern erinnere. Jürgen Berndt und Professor Schneider kannten sich natürlich lange. Leider habe ich keine Fotos von dieser Begegnung. Vielleicht kann jemand noch etwas beisteuern. In die frühe Zeit nach dem Mauerfall fällt auch die Buchmesse in Frankfurt mit Schwerpunkt Japan. Für die Leitung der japanbezogenen Veranstaltung hatte man Jürgen Berndt aus Akkorn. Am 8. Juni 1990 hatte die Präsidentin des Kodanscher Verlags der Japanologie noch eine große Bücherschenkung überreicht. Sehr am Herzen lag Jürgen Berndt dieses wunderbar gestaltete Buch, das bei der Buchmesse vorgestellt werden sollte. Momentaufnahmen der modernen japanischen Literatur. Es beruhte auf einer Idee des Fotografen Mario Ambrosius, der japanische Schriftsteller in ihrer Schreibatmosphäre porträtiert hatte. 35 Gegenwart-Schriftsteller sollten vorgestellt werden, mit ausführlicher Biografie eine Seite, Foto und Textbeispielen auf zwei Seiten. Mario Ambrosius hatte sich noch zu Mauerzeiten an Jürgen Berndt gewandt. Der nahm Dr. Fokusawa von der FU mit ins Boot und beide baten jeweils ihre Studentinnen an dem Projekt mitzuwirken. Bei uns war es zum Beispiel Heike Schöche, jetzt Patschke und bei Dr. Fokusawa Sabine Mangold, die hier ihre ersten Schritte als Übersetzerin ging. Das Buch wurde bei der Buchmesse sehr gelobt. Gab es doch einen auch für Laien gut verständlichen Einblick in die aktuelle Literaturszene Japans, die damals noch nicht so bekannt war wie heute. Das waren die angenehmen Seiten der Nachwendezeit. Auch das uns 1992 das Ölporträt des 50-jährigen Ogei des Malers Akiyama Sessui übergeben wurde. Zuvor hatte er für das Natsume Soseki Museum in London Natsume Soseki gemalt. Zumindest moralisch haben wir viel Zuwendung erfahren. Jürgen Berndt, der in 30 Jahren nie ein Sabbatical hatte, erhielt von November 1990 bis November 1991 eine Einladung als Gastprofessur an das internationale Forschungszentrum für Japan-Studien Nitschibunken in Kyoto. Für ihn, dem seit der Bypass-Operation die Endlichkeit des Lebens durchaus bewusst war, war es an der Zeit, sein Alterswerk, die Übersetzung des Manjoshu, einer umfangreichen vorklassischen Gedicht-Anthologie, voranzubringen. Wie er das angehen wollte, darüber hat er auf Japanisch zwei Artikel veröffentlicht. Seine Sammlung altjapanischer Lyrik Rotes Laub von 1972 enthält bereits 83 Seiten mit Gedichten aus dem Manjoshu. Professor Klopfenstein aus Zürich hat mir freundlicherweise Kopien von weiteren fast 100, zum Teil längeren, Versen zur Verfügung gestellt, die Bernd im Nitschibunken übertrug. Wenn Sie die Zeilen Wenn Sie die Zeilen, die sich in Bernds Unterlagen befanden, einmal vergleichen, werden Sie mir zustimmen, dass eine einfühlsame poetische Übertragung aus Bernds Feder ein großes Geschenk für die Zeitgenossen und künftige, ja nicht nur Japanologen gewesen wäre. Ein Kyoto-Buch hatte er im Kopf fertig, es war nur noch nicht geschrieben. Die Ereignisse in Berlin fraßen einfach zu viel Zeit. Durchgelesen? Ist er durch? Okay. Zurück nach Berlin zu den weniger erfreulichen Angelegenheiten. Wir waren nicht mit leeren Händen in die deutsche Einheit gekommen, waren gut aufgestellt und international vernetzt, trotz oder womöglich gerade wegen der Reisebeschränkung. Von auf Augenhöhe konnte bei den Umstrukturierungen fortan keine Rede sein. Es begann ein Leben im Schleudergang. Ob und wie die Japanologie und die Ogei-Gedenkstätte fort existieren würden, war lange unklar. Das Kuratorium DDR-Japan löste sich auf. Ich hätte meine Arbeit verloren, wenn Rektor Professor Fink auf ein Schreiben von mir, dass die MOG drohe, eine leere Hülle zu werden, nicht eine Stelle eingerichtet hätte. Diesmal als Angestellte und Newcomer dafür unbefristet. Die Rückübertragung der Vermögensrechte an die Nachkommen der ursprünglichen Hausbesitzer vor der staatlichen Verwaltung der DDR zog sich hin. Unsicherheit auf allen Ebenen. Wir entfachten eine Pressekampagne in Japan, wie sie wohl kaum eine andere deutsche Einrichtung in Japan je hatte. Daraufhin musste ich einen Sonderparkplatz für japanische Reisebusse beantragen. Alle wollten die Mauer und die MOG noch einmal sehen vor dem Verschwinden. Es gab sogar eine parlamentarische Anfrage, wie sich die Regierung Japans zur Fortexistenz der MOG positioniere. Das ist die gelbe Seite. Namenhafte Vertreter der Kulturgesellschaft Japan DDR und der Morioga-Gesellschaft starteten eine Spendenkampagne zum Erhalt der Morioga-Gedenkstätte. Und ich lernte, was ein Kanzler an einer Uni ist und darf. Zwei Jahre lang mussten wir aus den eingeworbenen Spendenmitteln die Unterhaltskosten für die Gedenkstätte und mein Gehalt an die Uni zurückzahlen. Die verbleibenden 20.000 D-Mark wollte die Uni einbehalten, da es hieß, Verwahrkonten dürften nicht länger als zwei Jahre bestehen. Mit dem vordatierten Vertrag mit einer Malerfirma sind die Mittel dann doch sinnvoll zum Abbeizen der mit acht Lagen grau überstrichenen Türen der Gedenkstätte verwandt worden, die daraufhin wieder im Gründerzeitflair strahlte. Im Juli 1992 musste sich Jürgen Berndt dann für seine eigene Professur bewerben, für einen Lehrstuhl, den er 30 Jahre unermüdlich aufgebaut hatte. Das einzig Gute daran war, dass er für die Bewerbung erstmalig einen ausführlichen Lebenslauf und vor allem seine lange Publikationslisten zusammenstellen musste. Ohne die gäbe es heute keinen Internet-Eintrag und auch diesen Vortrag nicht. Es waren Jahre der Unsicherheit, der möglichen Konzepte, Strukturen, selbst des Versuchs in Japan eine Humboldt-Depandance zu gründen, wie sie die Humboldt-Uni jetzt in New York hat. Das ist alles nur die Spitze des Eisbergs und etwas, worüber es mir nach wie vor schwer fällt zu reden. Ein Jahr später, am 30. Juni 1993, erreichte Professor Berndt dann der Ruf, den er am 4. Juli 1993 annahm. Ende Juli 1993 fand die Gründungssitzung der Stiftung Moriogai Gedenkfonds statt, welche die Finanzierung der Moriogai Gedenkstätte durch Zustiftung aus Japan stabilisieren sollte. Jürgen Berndt wurde zum Geschäftsführer gewählt. Für September 1993 standen große Ereignisse und viele Veranstaltungen auf der Agenda, als müssten wir ständig unsere Existenzberechtigung unter Beweis stellen. Vor dem Taifun der Events wollten die Berndts den August nutzen, sich ein wenig in Bella Italia zu erholen, kurz auszuspannen von all dem Stress. Kurz nach der Abreise hatte Jürgen Berndt erfahren, dass der renommierte Kodanscher Verlag ihm den Noma Übersetzerpreis verliehen hatte. Am 16. August 1993 verstarb Jürgen Berndt in Perugia an Hirnbluten. Hatten wir ihn seit den 80ern mehr als Macher wahrgenommen, so standen bei den Gesprächen mit den zahlreichen Kondolenzbesuchern in der Ogay-Gedenkstätte plötzlich die vielen inneren Parallelen zu Ogay im Raum. Beide sind im Alter von 60 Jahren verstorben. Beide hatten diese Janusköpfige Tag- und Nachtseite als Staatsdiener und Übersetzer. Bei beiden lebt vor allem Letzteres weiter. Beide waren eine Institution für breit gefächerte Fragen zu Japan bzw. Deutschland. Und sie hatten beide nicht wenige Neider und bei beiden wurde ihre nächtliche Passion von Dienststellenseiten nur ungern toleriert. Mit dem Unterschied, dass Ogay nie wieder nach Deutschland zurückkehrte, Berndt als Mitglied des EAJS als Dolmetscher, Vortragende, Reisekader war und intensiv internationale Kontakte pflegte. Seine Übersetzung von Ogays Mahime unter dem Titel Das Ballettmädchen, die er bereits 16 Jahre zuvor angefertigt und nun überarbeitet hatte, erschien Posthum. Ogay war literarisch nicht sein bevorzugter Autor. Aber die Berliner Novelle musste er als Gründer der Ogay-Gedenkstätte einfach herausgeben in der von ihm begründeten Berliner Japan-Edition, die Professor Klopfenstein später übernahm. Und wer weiß, Ogay ist schließlich in schließlich so etwas wie einen Kessel kalten Wassers anzusetzen. Da wären wir dann bei dem Was-wäre-wenn oder bei den Roads-not-taken, wie es im Deutschen Historischen Museum aktuell heißt, wo sich Prognosen über mögliche andere Entwicklungen schnell in Unschafen verlieren. Berndt hätte noch fünf Jahre bis zum Ruhestand gehabt. Seinen Schreibtisch in der Moriogay-Gedenkstätte wollte er behalten. Als Galionsfigur, wie er schreibt, sagte, Projekte und Aufträge hätte er noch für die nächsten 20 Jahre, hatte er mir aus Kyoto geschrieben. Der Besuch seiner Kaiserlichen Hoheit des Tenno Akihito und Kaiserin Michiko am 16. September 1993 im Senatssaal der Humboldt-Uni, genau einen Monat nach Bernds Tod, mussten Dr. Brochloss und ich, die wir inzwischen die Geschäfte führten, ohne ihn managen. Auch fehlte er bei der Präsentation seines Zudesudelgusser, draußen in der Stille, der Übersetzung, die er schon als junger Mann in den Nachtstunden begonnen hatte. Den Nomo-Übersetzerpreis nahm seine Witwe im Herbst 1993 bei der Buchmesse entgegen. Den bescheidenen, humorvollen Dank hatte er noch kurz vor der Abreise nach Perugia verfasst. Er schreibt, Er schreibt, Dann fällt ihm plötzlich der Übersetzer ein und er macht ihn unter Umständen auch für Mängel verantwortlich, die er, der Übersetzer, eigentlich gar nicht zu verantworten hat. Oder doch? Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und überlasse das letzte Wort dem Spiritus Logi dieses Raumes. Vielen Dank. Ja, liebe Beate, du hast, wie erwartet, gnadenlos überzogen und bist sehr zufrieden. Mir war keine Minute langweilig bei diesem Parforce-Ritt durch die Fachgeschichte, durch das Leben von Prof. Dr. Berndt, durch dein Leben, durch die Mordeoga-Gedenkstätte. Ich habe viel erfahren, viele neue Blickwinkel bekommen.